hallo ihr lieben heute ist wieder sonntag und es geht weiter und diesmal habe ich wieder untersetzer und ich liebe die ja sehr also generell die untersetzer ich mag die halt sehr auch wo die kante so hoch ist und habe dadurch einfach total bock gerade immer auf untersetzer machen und hatte jetzt immer mal so wiederum gefragt und diesmal habe ich ganz liebe menschen gefragt was denn so ihre lieblingsfarben sind und das wurde mir netterweise auch mitgeteilt nämlich das blau grün so vor dem wasser und so und halt so eine art braun ton ich glaube nur braun würde glaube ich sehr merkwürdig aussehen aber vielleicht täusche ich mich da auch aber letztendlich habe ich dann so eine mischung jetzt raus gemacht zeige ich euch aber alles welche farben ich halt konkret noch mit reingemacht habe und habe dann insgesamt drei verschiedene gemacht weil ich das irgendwie ganz schön fand das ganze so ein bisschen unterschiedlich zu machen und meistens kann ich mich nämlich selbst immer nicht entscheiden was ich jetzt besser finde und dementsprechend sind also drei verschiedene arten geworden von untersetzern und dort dann jeweils der name drauf und das zeige ich euch ihr seht schon ich habe vorher schon gemischt ich habe es wieder nicht mit gefilmt wie ich jetzt konkret gemischt habe wie gesagt falls ihr das gerne noch mal sehen wollt sagt mir gerne bescheid in den kommentaren und dann filme ich das nächste mal das noch mal genauer mit und erzähle euch da auch noch mal ein bisschen expliziter was zu dem epoxid hat kann aber auch schon sagen ich habe wieder das resin vor dekor genommen ist so das hat was ich sehr sehr gerne nehme weil es wirklich sehr klar auch wird man hat nicht ganz so viele luftbläschen es sind leider auch luftbläschen aber das ist leider dann so kann man manchmal nicht verhindern beziehungsweise ich habe es einfach auch da nicht gesehen und aber ich habe mit den blautönen angefangen und habe da auch so eine art die nennen sich chameleon farben ich mag die farben halt sehr weil die so schön schimmern die haben so ein bisschen den effekt dass halt auch unterschiedliche farben halt auch zu sehen sind und dadurch ich liebe diese chameleon farben ja sehr und habt ihr jetzt auch schon relativ lange und die halten dadurch auch relativ lange also ich finde da braucht man nicht ganz extrem viel von den farben und hatte mich jetzt eben dann für so ein türkis grün blau und blau sowieso und daneben teilt auch das weiß dazu entschieden das weiß nehme ich immer gerne dazu damit einfach diese effekte viel viel schöner rauskommen und ich finde die untersätze sind sehr sehr schön geworden ich liebe sie und freue mich auch dass sie bei dem beschenken gut angekommen sind deswegen lade ich das video jetzt erst hoch ich habe es ja schon ein paar tage fertig und warte natürlich immer bis ich dann auch dem beschenken das gebe und damit da einfach so ein bisschen nicht was vorweggenommen wird und da ich gestern da war und ein ganz tollen also gestern heißt für mich übrigens freitag ich war am freitag dort gewesen und bin habe einen wunderschönen nachmittag abend dort gehabt und so nette menschen ich liebts und freue mich dann jedes mal wenn ich sie sehe und sehe sie ja schon fast bald wieder und freue mich da so ein bisschen drauf bin sehr gespannt werde ich euch auf jeden fall mitteilen wie dann der arm war nämlich weil derjenige nämlich auftritt und da gehe ich zu seinem konzert und freue mich schon sehr drauf ja und hier übrigens damit ich nicht komplett immer am thema vorbei rede logischerweise ich nutze immer gerne diese im kreis variante es gibt ja unterschiedliche wie man die sachen gießen kann man kann sie eben so im kreis wie ich es jetzt mache und daneben dann noch mal gießen man kann natürlich auch einfach jedes mal immer über die gleiche stelle gießen kommt natürlich ein ganz anderer effekt noch mal raus und da kann man sich so ein bisschen ausprobieren was man besser findet ich finde die variante die ich jetzt genommen habe halt sehr gut und übrigens klecksen ist normal ist aber auch vollkommen in ordnung wenn das einfach mal so ein bisschen anders aussieht der zauber passiert sowieso in dem moment wenn es aushärtet da kommt einfach dieser wunderschöne effekt dann eben raus und ich als ich damals angefangen habe glaube ende 2020 war ich immer wieder sehr überrascht was denn da so für tolle sachen rauskommen und jetzt versuche ich natürlich die dinge viel viel mehr auch kontrolliert zu machen aber eben trotzdem den zauber nicht zu verlieren ich liebe es ja sehr irgendwie gerade die techniken die basteltechniken die so überraschend sind das habe ich beim abgrillig pouring auch da ist das ähnlich man weiß nie so richtig was rauskommt es gibt natürlich die profis da kenne ich eine auf youtube die macht das so mega schön und ich glaube die hat da die komplette kontrolle und es sieht so wunderschön immer aus und soweit bin ich selbstverständlich nicht aber ich liebe es halt unglaublich wenn sie das macht und das sind so die techniken die wirklich einfach wunder wunderschön sind hier habe ich mit drin gelassen beim video ich habe immer aus den resten so kleine sachen gegossen und die sind einfach so so schön dann auch geworden und daraus ist etwas besonderes geworden und das zeige ich euch in einer von den nächsten videos ich habe so ein bisschen geguckt und was mache ich jetzt als nächstes video und habe mich jetzt eben für die untersetzer entschieden aber ich glaube nächste woche mache ich dann das ganze mit denen wo ich die reste draus gegossen habe und ich hoffe euch gefällt das ergebnis auch es liegt nämlich schon da und ich nutze es auch schon und lasst euch da überraschen ich wie gesagt ich werde glaube ich weiterhin die reste irgendwie gießen und dann das irgendwie dann so in der art vielleicht weiter verwenden und dann zu gucken was man da schönes draus machen kann ich finde ich auch noch mehr von so einen kleinen form oder vielleicht mache ich es auch mal mit dem alphabet ich weiß es nicht wie gesagt das ergebnis ich mag das sehr und bin gespannt was ihr dann dazu sagt und deswegen ich habe es jetzt einfach mal als spoiler mit drin gelassen und genau ihr seht schon jetzt habe ich die braun rotbraun töne die also ich habe konkreten braun auch mit reingemacht aber eben auch so ein fesches rotbraun das weiß ist auch wieder mit dabei und ich liebe es halt wirklich sehr es ist halt ein wunderschöner farbton und dann kommt von den chameleon farben noch so ein ja ich will jetzt nicht sagen lila tun weil lila tun war es tatsache eigentlich gar nicht aber es wirkte jetzt eben auf dem video so aber es ist ein ganz leichter rot touch und damit dann diese glitzer sachen bei sind übrigens als fun fact ich habe die untersetzer dann für die beschenken in so ein seidenpapier eingepackt das weiße falls sich noch jemand daran erinnert das hochzeitsgeschenk zur not falls ihr da noch mal reingucken wollt ich verlinke euch das nochmal weil ich mag mein das hochzeitsgeschenk ist wo so schön geworden für meine freundin und dieses weiße seidenpapier das hat so leichte glitter drinne und die waren dann gefühlt überall die waren im gesicht die waren an den händen die waren auf dem tisch die sind übrigens bei mir zu hause auch ab weil ich es auf dem bett eingepackt habe und also falls die beschenken das hören ja bei mir ist es auch ich hatte nicht mehr auf dem schirm ich glaube wenn ich das nächste mal seidenpapier kaufe dann glaube ich ohne glitte aber ich finde das trotzdem so 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 schön ich liebe das seidenpapier und das macht so viel aus wenn man damit geschenke einpackt und man kann so ein seidenpapier ja auch immer wieder auch noch genutzen und finde das einfach so so schön ja auch hier habe ich übrigens mit den farben so ein bisschen gespielt damit die auch unterschiedlich aussehen habe also immer wieder eine andere reihenfolge reingemacht wie sie halt aussehen und dadurch ist das glaube ich auch immer wieder was anderes man kann die reihenfolge ändern man kann die dicke der linien ändern man kann zick zack draus machen man kann das einfach in streifen gießen und ich guck mal ob ich irgendwie ganz ganz unterschiedliche techniken noch mal für euch einfach abfilme und euch dann zeige wie dann so die ergebnisse aussehen ich glaube das wäre glaube ich auch ein schönes video wo ich euch ganz viele unterschiedliche techniken noch mal zeige was passieren kann wie das zumindest bei mir dann aussieht da beim epoxidharz hat es einfach so viele unterschiedliche faktoren die da mit reinspielen manchmal ist es auch das wetter nämlich wie schnell die sachen aushärten je wärmer das draußen ist umso schneller oder auch direkt im raum ja logischerweise umso schneller härtet das aus umso anders sind die effekte wenn es kälter draußen ist dauert es ein bisschen länger und genau dann eben die kreise kann man machen man kann blumen wobei die blumen sind bisher bei mir nie so geworden auch wenn ich die ergebnisse an sich sehr schön fand aber die sind nie so geworden wie ich sie mir vorgestellt habe wie gesagt als streifen kann man sie gießen und das gibt so viele schöne möglichkeiten und ich finde immer also man muss es einfach mal ausprobieren und da ist halt immer nur wichtig ganz dolle aufpassen gerade wenn man es auch mit kindern zusammen macht bitte einfach als elternteil unbedingt dabei sein wenn ihr das den euren kindern zutraut dass die das können immer handschuhe tragen und dann eine maske tragen das ist sehr sehr wichtig ich gucke mal ob ich vielleicht auch dazu noch mal ein starter video mitmache ihr braucht als starter set letztendlich hier was zum ruhig anrühren ich bin noch nicht ganz warm geworden mit den silikon bechern und aber holzstäbchen und ich nutze alle sachen unglaublich oft die becher sind meistens mehrmals genutzt und dadurch immer wieder und noch mal nutze ich die becher bis sie dann wirklich gar nicht mehr gehen und und dadurch dann braucht ihr farben ich nutze am liebsten wirklich die mica farben andere nutzen gerne die pasten oder alkoholing farben alkoholing farben die haben auch so wunderschöne effekte da könnt ihr ja mal googeln beziehungsweise auf youtube schauen ich habe da ein paar videos auch mit alkoholing farben gemacht und ich finde die wie gesagt so so schön auch weil die effekte da einfach noch mal ganz anders sind und ja aber das sind so die braunen ich habe jetzt die einfach mal im moment stehen lassen damit ihr seht wie sich das ganze so ein bisschen verändert es war ein bisschen wärmer dadurch hat sie es auch nicht komplett verschlossen das ganze sonst wird ja diese durchsichtige mitte meistens immer noch mal dass sich das komplett zuzieht das war diesmal nicht aber das macht der schönheit nichts aus die sind einfach ich wie gesagt ich mag die farbkombination auch ich mag auch wirklich dieses blau mit dem braunen wenn man die zusammen irgendwo sich hinstellt ist das auch wunderschön und ja ansonsten das harzbrauch ungefähr 24 stunden bis es komplett ausgehärtet ist dann habe ich sie rausgeholt das zeige ich euch auch nochmal und dann sollte man es aber auch nochmal einen moment liegen lassen bis es komplett durchgehärtet ist und das habe ich gott sei dank gemacht weil manchmal verschenke ich es so schnell und dann muss ich immer dazu sagen bitte bitte nochmal liegen lassen und aber dadurch da ich ja noch die namen drauf gemacht habe und dann noch eine zweite schicht drüber musste ich es im moment liegen lassen und dadurch hat das zeitlich diesmal viel viel besser geklappt und wie gesagt ich habe jetzt so nebenbei aufgeräumt und habe dann einfach gesagt okay jetzt lasse ich euch einfach zugucken wie sich das ganze verändert also nur deswegen läuft es eigentlich noch damit ihr einfach seht wie es ungefähr aussieht wenn sich das ganze verändert und zusammen zieht in der mitte hier sieht es hier sind die jetzt knappen tag alt das ganze und die hole ich aus der form raus allerdings habe ich die in den rosa form habe ich dann einfach nochmal zurück getan weil ich dann gerne ja die zweite schicht drauf machen sollte im besten fall lasst ihr sie komplett drin aber ich wollte natürlich die andere seite sehen und die andere seite ich fand die andere seite nicht ganz so schön wie jetzt die gegossene seite aber ich hoffe ihr wisst was ich meine und dementsprechend habe ich es dann einfach wieder reingepackt und habe geschaut dass ich trotzdem sehr sehr vorsichtig die zweite schicht dann drauf mache weil natürlich das blöd ist wenn dann irgendwie harz nochmal nach unten durchsickert und das macht keinen spaß und wie gesagt ich mag die ergebnisse ja die eine beschenkte gesagt gestern das hat sowas von einer baumscheibe und dann ist es sieht das kann man so die baumringe zählen und fand ich einen schönen vergleich ja so und hier kommt das nächste und das sind auch so die untersätze also rein von der form her die ich so so schön finde und die haben einfach auch so ihren eigenen zauber da entwickelt in dieser form und es gibt ja unterschiedliche arten auch mit dem gießen mit den farben ob die mehr deckend sind oder doch mehr transparent hier ist es so eine mischung aus beiden und ich glaube das ist halt auch eine wunderschöne kombination die man auch gerne machen kann um das ganze halt so ein bisschen nicht so erdrückend zu gestalten ich hoffe ihr wisst was ich meine wenn manchmal die dinge zu doll sind dann kann das auch einfach viel zu viel wuchtig irgendwie rüber kommen und das macht dann natürlich auch keinen spaß ich habe übrigens festgestellt dass manchmal die follower oder eben die die meine videos schauen zum teil eben gar nicht abonniert haben und ich freue mich natürlich wenn ihr abonniert und ich habe so ein bisschen gesehen gehabt ich würde mich natürlich freuen wenn wir dieses jahr noch die tausend erreichen das wäre mega und aber es wie immer es ist keine pflicht auch ich freue mich auch über kommentare ideen die man vielleicht ausprobieren kann die ich für euch gerne ausprobiere und aber ja dementsprechend dürft ihr da gerne den daumen nach oben auch da lassen kommentare und wie gesagt ein abo ich würde mich mega freuen wenn ich zu silvester sagen kann ich bin jetzt ich habe jetzt über tausend follower das wäre so mega und dadurch wäre es glaube ich eine möglichkeit mir damit irgendwo ein indirektes weihnachtsgeschenk zu machen und auch wenn ich das ganze für mich aus spaß mache an der freude und mir erinnerungen damit schaffe und ja hier habe ich übrigens die namen drauf gemacht und mache jetzt die zweite schicht drüber die namen habe ich mit dem cricket drauf gemacht mit so einer vinyl folie ich habe mir vor zwei jahren glaube ich habe ich mir den cricket geleistet zur black week und habe es nicht bereut klar ich nutze den wahrscheinlich nicht so wie andere irgendwie ich habe noch nicht mal ansatzweise das potenzial dann ausgeschöpft aber für mich ein wunderschönes spielzeug und ich kann damit so wunderschön einfach diese untersetzer dann verschönern und die schrift drauf machen und wie gesagt diese vinyl folie die macht sich dafür auch sehr sehr gut und ich muss mal sagen ich bin mir eigentlich sicher dass ich es mit gefilmt hatte wie ich die den namen darauf gemacht habe aber ich habe keine ahnung wo das video ist und dementsprechend sind die namen schon drauf ich kann euch nur vorweg nehmen es ist immer eine riesen fummelei damit weil die dann über auf über so eine transferfolie darauf gemacht werden und jedes mal dann fehlt da ein i punkt dann fehlt da ein buchstabe hauptsächlich sind die punkte ja immer dann irgendwie immer das problem und also dadurch so schön ich es manchmal finde so viel habe ich aber auch schon manchmal geflucht und genau die zweite schicht ist halt immer wichtig damit dann das ganze nicht wieder abgeht und damit es dort dann halt funktioniert ja und dann hatte ich mich irgendwie in meine da jetzt so hingesetzt auf der erde ich bin ja so ein auf der erde sitze und zeig euch das hier die schrift ist ein bisschen zu hell ich hätte vielleicht doch eine dunklere nehmen sollen aber ich hatte kein richtig schönes dunkelblau und ein weiß wollte ich nicht und ein schwarz oder so wollte ich jetzt auch nicht und dementsprechend habe ich gedacht das passt schon und dann geht das sind die namen im meer versunken und sehen dadurch dann eben auch sehr schön aus hier sind es die bräunlich rotbräunlichen die ich halt auch so schön finde und ich mag auch ich habe ja unterschiedliche schriftarten genommen und genau und für die namen liebe grüße an dago und die nikki gehen raus und freue mich dass ihr euch gestern so gefreut habt und wie gesagt falls ihr da wünsche habt für schlüsselanhänger oder was auch immer ihr dürft das gerne äußern ich habe so viel spaß dran und ja ja hier habe ich tatsache noch ein paar reste gehabt weil ich auch noch was anderes gegossen hatte und dementsprechend habe ich dann gedacht ich nehme das und zeige euch das jetzt eigentlich nur beim auspacken ich habe es nicht mit gefilmt weil das einfach für mich irgendwie war es halt dann aber doch mehr Rest also ich hätte auch mit filmen können und auch dieses grün übrigens finde ich sehr sehr schön das ist auch mit so einem chameleonfarben gegossen und wer mich kennt ich bin ein ostseekind und liebe meine anker und hole mir auch aus meinem urlaub bringe ich mir immer so ein magnet jetzt immer neuerdings mit mit dem anker und freue mich da eigentlich sehr sehr drüber und dann habe ich noch so kleine formen die wollte ich aber eigentlich erstmal nur sehen wie sie letztendlich aussehen wenn man sie gießt weil ich tatsache überlegt habe ob ich davon kleine seifen dann mache und ich glaube ja auch aus der würde ich dann glaube ich eine seife machen und ich finde die formen sind sehr sehr schön die haben so ein also gibt ja unterschiedliche formen mit dass die matt sind oder glänzend die sind jetzt mehr eben dem matten zugehörig und ich finde die sehr sehr schön und wer mich ein bisschen kennt musik finde ich toll und freue mich da eigentlich immer und muss noch sehen was ich mit den gegossenen jetzt vielleicht mache ob ich die vielleicht auch so als reste für mein nächstes projekt dann mitnehme und ja dementsprechend ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und ich hoffe wir sehen uns dann die woche drauf wieder und ansonsten erstmal bis bald tschüss